Hi Leute, willkommen zurück zu Turok. Wir hängen in dieser Basis hier und müssen jetzt die Position halten, während unser netter Kollege hier, oder auch nicht, probiert das Teil zu hacken oder zumindest diese Tür zu öffnen. Ja, ja, lass dir ruhig sein. Muss ich dir jetzt helfen, oder schaffst du das alleine? Oh oh, oh oh, oh oh, nee, 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 nee. Oh oh, oh oh, oh oh, das heißt tot, 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 wir werden sterben, 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 sterben. Sterben, 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 sterben. Ich wusste es. So, ich hab nochmal vorgespult. Nee, diesmal verwahren wir uns das noch. Für die zwei Dicken, die gleich kommen, verwahren wir uns mal in die Napalmgranate. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, 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 oh Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Was? Tür offen jetzt? Immer noch nicht. Na toll. Sehr schön. Der Wartungslift müsste in der Wehe sein. Verstanden. Shepard, sei still. Ich muss nachdenken. Shepard, du musst das in der Wehe-Energie wirklich aktivieren. Das war's. Der Lift ist unterwegs nach unten. Steig ein und hilf uns da oben. Moment, ich mache euch gleich die Gehren auf. Lass dir ruhig Zeit. Ich lasse mich so lange auffressen. Das ist noch der Weiche. Ich hoffe, das Schiff steht bereit. Dann, die Kälte schnappen und ab. Wir sind nicht von uns. Wieder nach Hause gehen. Wieder im eigenen Bett schnappen. Meine Freunde tragen. Wem sagst du das? Mann, tut das gut, euch zu sehen. Hattet ihr Probleme? Wir sind auf Widerstand gestoßen. Vor nichts Ernstes. Hattet ihr auch Probleme? Nichts, was man erwähnen müsste. Das Schiff müsste hier drin sein. Shepard macht die Tür auf. Ich bin dabei. Die mache ich mit links auf. Ihr Jungs hattet doch keine unangenehmen Gäste, oder? Lohnt sich zu sehen, Türo. Gott sei Dank! Ich bin der Einzige, der so ein Schiff fliegen kann. Los, immer weiter! Okay, suchen wir das Schiff. Das hier wahrscheinlich, ja? So viel zum Plan. Verdammt. Ich glaub's einfach nicht. Ich bin der Einzige, ich bin der Einzige. Das war's. So, noch mehr. Da vorne. Komm, komm. Komm her, komm. Verdammt. Wollte gerade ausreichen. Aber manchmal sind die Viecher einfach schneller. Hallo. Oh, ehrlich jetzt, Leute. Also. Boah, alle, alle quatschen, was sie haben, auf das Vieh drauf, ey. Boah, geht das jetzt mal offen hier. Es gibt interessante Entwicklungen mit dem Käfertoxin. Es wird sie besonders freuen zu erfahren, dass wir es in eine Gasform bringen konnten, die besonders im Freien gut wirkt. Binnen 20 Minuten war das Gebiet frei von Gas und konnte wieder gefahrlos betreten werden. Herr Druman, ich denke, wir haben hier die perfekte Bio-Waffe. Oh Mann, der Typ hat ernsthaft Probleme. Dauert nur eine Sekunde. Okay, ich bin raus aus dieser Basis hier. Okay, scheiße. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Hm. Oh shit. Oh shit. Oh, scheiße. Ich habe den Raketenwerfer nicht mehr. Oh 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 oh. Da, da. So. Nicht mit mir und nicht mit Turok. So läuft das hier nicht, Leute. Sonst keine Gegner? Okay. Da ging aber jetzt schnell mit dem Heli. Alles gleich hin. Oh ne, Leute. Hör mir die einfach los. Also ich muss ehrlich sagen, man merkt schon, dass das Spiel 2008 rauskam. Leider Gottes. Also ich bin ein wahrhaftiger Turok-Fan, ne? Aber dieser Teil kommt bei Weitem nicht an die Eilen dran. Ganz ehrlich. Sackgasse. Ach du Scheiße. Steht nun die Endzeit bevor. Ist das jetzt der Untergang der Dinosaurier? Oder riecht dieser Vulkan einfach nur so zum Spaß aus? Traurig ist doch, dass wir keine anderen Arten von Dinosaurier sehen. Ich meine jetzt die Pflanzenfresser. Fehlt irgendwie. immer nur die hier. Da hätten sie sich auch mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Dieser doofe Delophosaurus. Ist er erledigt? Er ist erledigt. Aber ich glaube, da war noch einer, ne? Oder? Jawoll Was? Noch einer sogar? Drei Stück? Vier? Was ist denn hier los, Leute? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Da sind jetzt vier von den Viechern, oder? Und nochmal Probieren wir es mal so Aber erst, wenn die Scheiß-Tilofosaurier kommt So Fuck Ha 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 Kabumm Okay, noch einer? Oder war es das jetzt? Vier Stück geteinander, Leute Mal ehrlich Ha 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 So eine Pisse Also ich würde mir wünschen Dass der nächste Two-Rock-Teil Wenn überhaupt einer kommt Bitte wieder so ist wie die alten Grafisch zwar besser Aber lieber in dieser abgespaceden Form Mit Dino-Soldaten Mit verschiedenen Leveln Mit Was weiß ich Keine Ahnung Genauso wie in Wie in den alten Spielen Mit, keine Ahnung, ey Fünf Oh nee, Mann So Und nochmal das Ganze Es ist zum Kotzen, oder nicht? Oh nee Naja gut Was ich sagen wollte Ich wünsche mir echt Dass die Spiele anders werden wieder So wie die alten Mit Keine Ahnung Sechs Endgegnern In einem Spiel Oder so Dieses Format Macht zwar Spaß Macht Laune Obwohl wir auch Ziemlich oft abkappen Aber Wird nach der Zeit langweilig Oder was sagt ihr, Leute? Hä? Wo ist der jetzt? Ups Oh nee So Leute Ihr könnt euch schon mal Darauf einstellen Dass wir jetzt wieder abkacken Ja War klar